Derzeit setze ich eine neue Doppellage auf einem Steinbruchband hier auf. Ich hatte mir beim letzten Mal eine neue Korkplatte angezeichnet und habe mir jetzt ein schönes Stück gebrochen. Die Korkplatte angezeichnet und die Korkplatte angezeichnet. Und dann muss natürlich das nächste Stück oben drauf. Und dann muss es doch auch hin. Okay. 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 Und jetzt können wir das nächste Stück haben. Und jetzt können wir das nächste Stück haben. Und die Schnitteleu hält sich, wenn es eine lange Gerade ist, ja doch sehr in Grenzen. Dadurch wird diese viel längere Strecke auf diesem Segment um vieles schneller fertig, oder zumindest gleich schnell fertig, wie die kurze Strecke da auf dem Schnippelteil. Ebenfalls muss ich mir jetzt noch eines breiten. Und jetzt können wir das nächste Stück haben. Und jetzt können wir das nächste Stück haben. Und jetzt können wir das nächste Stück haben. Und das nächste Stück. Und jetzt können wir das nächste Stück haben. Und jetzt können wir das nächste Stück haben. Und jetzt können wir das nächste Stück haben. 2,7 in etwa. Und jetzt können wir das nächste Stück haben. 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 Und jetzt können wir das nächste Stück haben.